Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Hier ist Mimi und Kathi und Mimi hat wieder ein Bild für uns gemalt von Bibi. Bibi hat jetzt ja einen neuen Song, How It Is heißt der, und dazu hat Mimi das passende Outfit gemalt. Also ich finde es sieht sehr, sehr cool aus und los geht's mit dem Malen. Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist richtig cool geworden das Bild und das Outfit gefällt mir auch ganz gut. Also ja, von mir gibt's auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Nicht für den Song, sondern für Mimis Bild. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Bild gefällt. Bibi hat ja in diesem Song oder in diesem Musikvideo ganz verschiedene Outfits an. Vielleicht möchtet ihr auch, dass ihr möchtet, dass ihr möchtet, wenn ihr möchtet, schreibt, wenn ihr möchtet, schreibt es einfach mal unten rein. Wir lassen uns von Mimi überraschen. Sonst schaut natürlich, wenn ihr euch in die Kommentare, schreibt, schreibt, was ihr euch hier in den Kommentar, wenn ihr euch noch mal in die Kommentare schreiben, schreibt, was ihr euch in die Kommentare schreibt. Und sonst schaut natürlich bei unseren anderen Bastelvideos vorbei. Abonniert gerne auch unseren Kanal. Und bis dann. Tschüss.